Piu Piu 2002 Oha 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 Oh nee best schon wieder Mich hat's heute auch bekommen glaube ich ja Mich aber auch Ne Nicht mehr Alle Marvin hochworten, alle Marvin hochworten Ja man Ja wer frisst hier Keiner Die Küche ist nicht offen Achso Oha what Hahaha Junge Willst du mich verarschen weißt du Ich baller ihn so auf einen Balken runter Und du machst den letzten Schuss und kriegst den Kill Alter Elendiger Kennst du nicht Brigitte, die bitte Brigitte Moor Junge was Leute sind wir alles Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit Vielleicht kriegt jemand falsch an Meine Schwester kommt grad rein und fragt Rolli wieso redest du mit dir selber Ja Warum tust du es denn auch Boah Lass pass Du killst mich für den Spieler Ich hab alle gekillt Ich hab alle Reden niedergemacht Ich hab A's Nice Nice Aber es sind sechs Spiele Ich hab A's Ja ich hab auch verstanden ich hab A's Ja ich hab auch verstanden ich hab A's Spiderman Home Echt jetzt? Spiderman Spiderman Homecoming und dann Spiderman Far From Home Ja Nein nein das ist der richtige Titel Ich freu mich schon auf die deutsche Besetzung Spiderman weit weit weg Ähm Du machst das auf dann geht der Fernseher an Da kommt so Ah die Spaghetti wir haben Frederico Frederico Die sagen aber Menerico Menerico nicht Frederico Aber da machst du den Fernseher außen du hörst aus deiner Wohnung Lalalalalalalala Lalalalalala Ehh Ehh Robert 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 Ehh 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 Echt die alte Hesse Hahahaha Hans so down Scharfschutz Der Willowmaker ist auch down Ich hab die Scharfschutz raus geholt Go Ich bin eingeschlafen Miese Ich bin eingeschlafen Das ist nicht gut Hahahaha Er schläft einfach im Mensch ein Torben Verpiss dich Torben Torben Mann Torben Torben geht voll auf die Nerven ja Nein Mae freut mich ein Leute Oh Gott Hu Hilfe Ich hab 9 HP Hilfe Martin Wo bist du Hilfe Hilfe Hilf mich Los einnehmen 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 Keiner grad keiner da Nein Fuck Yo ich gegen 5 5 haben mich gepusht 5 gegen mich Was Ich hab ne Lootbox ich öffne die mal kurz Behal dich Behal dich Also gegen Level 20 noch oder also kein Problem Hahahaha Verstanden Wow du machst ihn weißt du ich baller ihn wieder zur Hälfte runter und du machst den letzten Schuss wieder Wir sind ein gutes Team Du meinst du klaust mir immer meine Kills Und Kalle wird von ihm gezogen und haut ihn trotzdem einfach weg Weiß ich nicht aber Roatog ist jetzt im Moment down Ja Ja Ich Auch Roland du musst mir immer meinen Kill klauen ne Boah 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 Immer musst du meinen Kill klauen Boah 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 Immer musst du meinen Kill klauen Boah Immer musst du meinen Kill klauen Nice Leute Leute hier warte ich kenn den Code Bip Bip Ich hab Orbi Ich hab Krebs Hahahaha Ich kann nur Leute schreien Das soll ich nicht Hahahaha Wer ist Die Kavarellerie Hahahaha Marvin guck mal nach oben Hahahaha 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 Achso auf einmal ist er besteht aus Gold Darf ich dich klauen? Hahahaha 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 Ja wurde gefickt Hahahaha Hatte auch verdient Beschließlich ne Frau Ich mein sie ist ja 17 oder 18 oder so Ich mein sie ist ja 17 oder 18 oder so Ich bin Asiate da ist doch alles egal Hahahaha Hahahaha Also Ich kann das falsch verstehen Doch Nein 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 Ist schon richtig so Meine Hand ist überall Meine Hand ist überall ey Das ist aber ekelhaft Martin was soll der Scheiß Ich mach das nicht aber jetzt auf Warframe Ich mach das nicht aber jetzt auf Warframe Hahahaha 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 Rolly Rolly Lass mich am PC Du hast genug gespielt Nervs Und Wie funktioniert das im Planeten Schmerz Barula würde es auch nicht Laptop heißen sondern Faptop Hahahaha Das würde Laptop heißen Nein das würde bei dir nicht Laptop heißen sondern Faptop Ja das stimmt Ja das stimmt HALT Hahahaha Alter was Ich hab mir den Raupel vorgehe, vorhin der Scheiß. Aber schneller halt. Alper. Feck. Junge, was? Hab ich gerade echt ein Killstrick-Fünf-Spieler gemacht, indem ich mich einfach nur dahingestellt hab im Best-Sheet? Ja. Steht. Scheiße, so knapp. So knapp? Irgendwann hab ich ne Farrah. Wo war das denn knapp, Junge? Wieso, das war doch noch ein paar Sekunden, glaub ich. Was? Das dachte ich mir auch gerade. Was ist der Hölle? Was? се? Was? Bis zum nächsten Mal.